Im 19. Wiener Gemeindebezirk liegt mitten im Grünen ein ganz besonderes Krankenhaus der Luxusklasse. Hier haben sich nicht nur Größen wie der Schar von Bersien behandeln lassen, sondern hier hat auch so manch ein Star das Licht der Welt erblickt. Das Besondere am Rudolfiner Haus ist, dass wir schon seit vielen Jahren für Patienten aus aller Welt eine Möglichkeit haben, ihnen die Behandlung durch ihre Belegärzte, also Spitzenmediziner, in einem ganz besonderen Ambiente anzubieten. Das Besondere ist, dass sie hier zum Beispiel von einem Ordinarius einer Universitätsklinik, also dem Vorstand einer Universitätsklinik, im Ambiente eines Wellnesshotels operiert werden können. Das Rudolfiner Haus versteht sich als erste Adresse in Sachen Gesundheit auf allerhöchstem Niveau, ambulant wie stationär. Im ambulanten Bereich bieten wir von der Akutversorgung bis zu diversen Check-ups, einem breiten Spektrum, unseren Patienten an. Im stationären Bereich haben wir einen Schwerpunkt in der Kardiologie, auch mit interventioneller Angiografie, die hier angeboten wird, im Bereich der Neurologie und vor allem auch im Bereich der Therapie von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates, die sowohl konservativ durch stationären Aufenthalt, Infusionstherapie und physikalische Behandlungen bei uns betreut sind. Und im operativen Bereich liegt der Schwerpunkt auf orthopädischen und unfallchirurgischen Eingriffen, der Bauchchirurgie, Gefäßchirurgie, Neurochirurgie, urologischen Eingriffen und darüber hinaus verfügt das Rudolfiner Haus über seine berühmte Geburtenstation. Patienten, die hier behandelt werden, soll es an nichts mangeln und sie sollen genesen wie nirgendwo anders. Dafür sorgen die großzügigen Zimmer im neuen Trakt, der Service wie im Luxushotel und natürlich das Pflegepersonal, das unter anderem im neu gebauten Campus des Hauses ausgebildet wird. Im Bereich der Pflege sind hier ausschließlich diplomierte Pflegepersonen, einerseits mit Fachdiplom, Bachelorausbildung und auch weiterführender Masterausbildung direkt in der Pflege am Patienten tätig, was eine enorme Sicherheit für die Patienten auch bietet, weil mögliche Komplikationen frühzeitig erkannt werden und rasch reagiert werden kann. Dieses hohe Niveau der Ausbildung, das Engagement seitens des Personals sowie das Ambiente wissen die Patienten äußerst zu schätzen. Die Patienten Feedbacks zeigen, dass sie vorwiegend eben auch wiederkehren aufgrund der hohen pflegerischen Qualität und das macht schon auch stolz zu hören. Vor allem gebührt das Lob unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich tagtäglich ihr Bestes geben mit ganz viel Empathie, Professionalität und auch Fürsorge für den Patienten tagtäglich das Beste geben. Alle umfangreichen Informationen über die Leistungen des Rudolfinerhauses sowie den Kontakt finden Sie auf Rudolfinerhaus.at bis zum Beispielawateraus.at bis zum Beispielawateraus.at